Hallo, Harald hier, grüßt euch. Es ist wieder eine Woche rum. Heute seht ihr ein weiteres Video in unserem African Gym Travel Safari Kanal. Und diesmal geht es um die unterschiedlichen Routen, die man in Namibia als Selbstfahrer fahren kann. Heute starten wir mit der, ich sag mal, Standardroute. Die Standardroute startet in Windhoek. Anschließend fahrt ihr in die Kalahari. Von der Kalahari fahrt ihr dann zur Sussus Fly. Nach der Sussus Fly geht es nach Swakopmund. Dann geht es ins Tamaraland, dann in den Etosha-Nationalpark, dann geht es zum Waterberg. Und anschließend fahrt ihr dann zurück nach Windhoek, wo eure Reise endet. Natürlich ist es nur ein Reisevorschlag. Und dieser Reisevorschlag kann natürlich genau an eure Wünsche angepasst werden. Wenn euch diese Tour interessiert, dann bleibt dran. Im nachfolgenden Video erkläre ich diese Reise im Detail. Viel Spaß und bis dann. Hallo, wie im Intro gerade angekündigt, erkläre ich euch jetzt die Standardroute durch Namibia, die eigentlich von den Leuten, die das erste Mal nach Namibia kommen, regelmäßig gefahren wird. Natürlich ist diese Tour an eure Bedürfnisse anpassbar. Also wenn ihr jetzt nicht zwei Tage in der Kalahari sein möchtet, dann geht ihr halt direkt in die Sussus Fly. Oder es kann alles geändert werden. Aber das ist so diese Route, die wir als Standard oder beziehungsweise aufgrund unserer Erfahrung eigentlich jedem Kunden empfehlen können, der das erste Mal nach Namibia reist. Natürlich auch Leute, die öfter schon in Namibia waren, die Route ist einfach toll. Wie gesagt, die Route geht in Wintug los. Ihr landet dann halt meistens dann morgens in Wintug. Euer Guide holt euch ab, beziehungsweise ist ja nicht euer Guide, sondern Katja oder Bianca holt euch am Flughafen ab und ihr übernehmt dann euren Mietwagen. Die Mietwagenübernahme ist dann meistens entweder bei uns im Büro, wenn ihr einen Mietwagen von uns mietet oder wenn ihr bei anderen Vermietern mietet, ist es dann halt in Wintug an anderen Stellen. Wenn dann die Mietwagenübernahme erfolgt ist und jetzt wird euch alles erklärt, wie es funktioniert mit dem Auto, High Gear, Low Gear, Vorgelege und so weiter und so fort, geht es dann im Prinzip schon los. Dann werdet ihr auf Namibia losgelassen. Ihr werdet wahrscheinlich dann erstmal zum Einkaufen fahren in Wintug. Katja kann euch da Empfehlungen geben, wo ihr eure Einkäufe tätigen könnt. Und dann geht es los. Entweder seid ihr, wenn ihr euch nach dem Flug erholen wollt, könnt ihr noch eine Nacht in Wintug bleiben. Ist eigentlich gar nicht schlecht, weil dann könnt ihr, ich sag mal, nochmal Wintug erkunden vorher. Und ja, ist eigentlich eine schöne Sache. Falls nicht, falls ihr dann eben morgens ankommt mit Lufthansa zum Beispiel, dann könnt ihr natürlich auch direkt losfahren. Als erstes geht es dann in die Kalahari. Da haben wir dann mehrere Unterkünfte, die wir in der Kalahari eben anbieten. Kalahari, Anib, Lodge, Bagatell und so weiter. Da ist dann vom Budget her wirklich, ich sag mal, alles vorhanden, was möglich ist. Das ist angefangen von Camping to go bis zur hochwertigen Lodge mitten in den Dünen. Also in der Kalahari würde ich so ein bis zwei Nächte machen. Kommt immer drauf an, wie viel Zeit ihr habt. Dann fahrt ihr quer durch Namibia Richtung Westen durch wunderschöne Landschaften, wunderschöne Pässe und seid dann irgendwann mal in der Gegend der Sussisfly angekommen. Dann kommt es darauf an, wo ihr eben übernachten wollt. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr übernachtet im Park. Es gibt zwei Lodges plus einen Campingplatz im Park. Das heißt, ihr habt den Vorteil, ihr könnt eine Stunde vor Sonnenaufgang Richtung Sussisfly fahren, Richtung Düne 45 fahren. Ihr seid dann eben, ich sag mal, den anderen Leuten, die erst zum Sonnenaufgang in den Park kommen, seid ihr halt voraus. Das macht schon irgendwie was aus, wenn ich eine Stunde vorher im Park bin. Dann bin ich zum Beispiel bei Sonnenaufgang schon an Düne 45. Macht schon was aus. Also ich kann dann zum Beispiel morgens auf die Düne 45 kraxeln und bin dann zum Sonnenaufgang oben am Dünenkamm und kann mir den Sonnenaufgang anschauen. Wirklich toll, lohnt sich. Danach fahrt ihr wieder zurück und fahrt dann Richtung Sussisfly. Guckt euch die Big Daddy an, guckt euch die Elim-Düne an. Dann auf dem Rückweg könnt ihr dann zum Sesriam Canyon fahren. Und ich empfehle dann eigentlich immer so zwei Nächte an diesem Platz. Ihr kommt ja dann mittags an, wenn ihr aus der Kalari kommt, kommt ihr mittags an und habt dann eigentlich nicht mehr ganz so viel Zeit, irgendwas zu machen. Am anderen Morgen könnt ihr dann schön früh losstarten, je nachdem. Entweder seid ihr außerhalb vom Park oder innerhalb vom Park. Das entscheidet euch, das entscheidet ihr dann. Das wird die Katja dann in unseren Planungen mit einbeziehen. Und dann habt ihr halt den ganzen Tag Zeit. Am nächsten Tag, also sozusagen am dritten oder vierten Tag, je nachdem wie viele Tage ihr in der Kalari seid, geht es dann weiter Richtung Swakopmund. Ihr fahrt dann in Solitaire vorbei und könnt dann noch beim Henno-Martin-Shelter vorbeifahren im Kuzeb Canyon. Dann fahrt ihr weiter Richtung Wolfis Bay. Wolfis Bay könnt ihr euch die Lagune anschauen, wo sehr viele Flamingos brüten. Dann fahrt ihr dann irgendwann nach Swakopmund. In Swakopmund empfehle ich eigentlich immer so zwei Nächte auf jeden Fall. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten von Unterkünften, angefangen von ganz, ganz kleinen, günstigen Gästehäusern bis zu etwas teureren Lodges, die dann eben in Swakopmund beziehungsweise etwas außerhalb sind. Den ersten Tag, wenn ihr in Swakopmund ankommt, könnt ihr meistens nicht allzu viel machen. Ihr könnt nachmittags dann halt durch die Stadt bummeln, könnt noch ein bisschen Geschäfte gucken. Und das liegt daran, weil die meisten Aktivitäten halt morgen starten und die anderen Aktivitäten starten dann Richtung 13 Uhr. Und das wird aber für euch zu knapp werden. Deswegen habt ihr den ersten Tag in Swakopmund, um Swakopmund zu erkunden. Mal zum Leuchtturm gehen, mal euch an einer Promenade hinsetzen oder auf die Yeti. Oder ach, da gibt es zig Möglichkeiten, was ihr in Swakopmund halt machen könnt. Am anderen Morgen rate ich dann immer, dass die Leute entweder eine Little Five Tour machen, wo halt der Tommy oder ein anderes Unternehmen euch die Little Five, also die kleinen Fünf der Wüste zeigt. Oder halt eine Robbentour, wo ihr rausfahrt mit einem Boot, erlebt dann da die Robben, erlebt dann eben Pelikane und Robben, die aufs Boot kommen. Und es ist wirklich eine schöne Tour. Nachmittags gibt es dann eben halt, oder mittags gibt es dann eben ein paar namibische Austern zu probieren. Und das ist wirklich, ist eine runde Sache. Nachmittags könnt ihr dann wieder, ihr kommt dann meistens so 13, 13, 30, 14 Uhr zurück, könnt ihr dann den restlichen Tag auch wieder in Swakopmund verbringen. Oder ihr fahrt, ihr macht eine Quad-Tour, geht auch. Also die Möglichkeiten der Aktivitäten in Swakopmund sind wirklich unbegrenzt. Unbegrenzt ist übertrieben, aber es gibt zahlreiche, zahlreiche Sachen. Ihr könnt einen Rundflug machen, ihr könnt einen Hubschrauberflug machen, ihr könnt einen Ballonflug machen, also Ballonfahrt. Ihr könnt eine Ballonfahrt machen und, und, und. Also da könnt ihr, zwei Tage sind da eigentlich nichts. Und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auch wunderbar drei Tage machen in Swakopmund. Dann fahrt ihr weiter an der Küste entlang, also wenn ihr dann wieder weiter Richtung, Richtung eurem nächsten Ziel fahrt, fahrt ihr dann an der Küste entlang und fahrt dann ins Damaraland. Wenn ihr ins Damaraland fahrt, kommt ihr dann ja an der Küste, wie gesagt, an der Küste an Cape Cross vorbei. Cape Cross ist eine riesengroße Robbenkolonie, da könnt ihr euch die Robben halt anschauen. Ist für, ich sag mal, für empfindliche Nasen nicht ganz so pralle, aber es ist wirklich schön, lohnt sich, weil da sind so 150.000, 200.000 Ohren Robben, die da leben. Ist wirklich schön, wirklich toll. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch da direkt übernachten. Da gibt es eine wunderschöne Lodge, die Cape Cross Lodge. Die meisten Leute machen es aber nicht, sondern fahren dann weiter ins Damaraland. Im Damaraland würde ich auch wieder Minimum zwei Nächte machen, weil im Damaraland kann man jede Menge Aktivitäten auch wieder unternehmen. Ihr könnt fahren zu den Orgelpfeifen, ihr könnt zum versteinerten Wald gehen, ihr könnt die Felsgravuren von Zweifelfontänen schauen, ihr könnt eine Wüstenelefantentour machen, ihr könnt ein Rhino-Tracking machen, ihr könnt in der Palmback-Concession, könnt ihr eigene Game Drives machen, ihr kauft einen Permit und könnt dann eben selber reinfahren. Es ist wirklich jede Menge, was man eben da im Damaraland sehen kann und erleben kann. Im Damaraland gibt es auch wieder Lodges von, ich sag mal, von 60 Euro aufwärts bis 600, 700 Euro. Da ist dann halt, das liegt dann ganz an euch, wie ihr, welches Budget ihr habt, was ihr ausgeben wollt. Camping geht auch wunderbar, dann seid ihr natürlich unter 50, 60 Euro. Und könnt dann da Minimum zwei Nächte sein. Nach dem Damaraland geht es dann halt meistens in den Etosha-Nationalpark. Da geht es dann auch wieder, kommt es dann auch wieder darauf an, ob ihr, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, entweder fahrt ihr im Westen rein und seid dann im Dolomite-Camp. Da würde ich eine Nacht machen, dann fahrt ihr durch den Etosha-Nationalpark Richtung Osten, kommt dann irgendwann mal nach Okaukeju. Da würde ich zwei Nächte machen. Und wenn es dann, dann könnt ihr weiterfahren Richtung Namotoni. Da würde ich auch ein bis zwei Nächte machen, je nachdem, wo euer Fokus liegt. Wenn der Fokus auf Tierbeobachtung liegt, dann würde ich halt überall zwei Nächte machen, beziehungsweise vielleicht im Dolomite-Camp nur eine Nacht und dann Okaukeju 2, Namotoni 2. Das liegt aber ganz an euch. Da kommt es auch wieder darauf an, was euer Budget hergibt. Also, sag mal, Dolomite, da ist keine Alternative, weil das ist die einzige Lodge, die im Westen ist. Wenn ihr im Süden vom Etosha seid, also in der Nähe vom Okaukeju, da gibt es auch wieder Lodges von bis. Schön ist natürlich, wenn man im Park wohnt, im Okaukeju zum Beispiel, da gibt es dann auch verschiedene Zimmerkategorien. Allerdings muss man da auch immer ein bisschen gucken, das ist ein staatliches Camp. Und im staatlichen Camp ist es vielleicht nicht vom Service her ganz so wie ein, ich sag mal, ein privat betriebenes Camp. Aber man ist mitten im Park. Der Vorteil ist, man kommt direkt bei Sonnenaufgang, kann man reinfahren in den Park und kann dort seine Game-Drips machen. Hat natürlich Vorteile. Weil wenn ich außerhalb vom Gate bin, dann muss ich erst wieder eine halbe Stunde fahren, bis dann irgendwo die Action ist. Aber das liegt dann ganz an euch. Die Tour wird so gebaut, wie ihr es wollt. Wenn ihr dann eure drei, vier, fünf Tage im Etosha-Nationalpark gemacht habt, dann geht es dann zum Waterberg. Vom Waterberg aus, den könnt ihr dann auch. Ich sag mal, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Wenn ihr wenig Zeit habt, dann würde ich am Waterberg nur eine Nacht machen. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann würde ich zwei Nächte machen am Waterberg. Waterberg ist schön zum Wandern, sich mal ein bisschen zu bewegen. Landschaftlich sehr schön und da, wie gesagt, eine oder zwei Nächte. Das liegt dann ganz wieder an euch. Auch wieder Unterkunftskategorien von bis. Ja, und dann würde eure Tour schon wieder zu Ende sein. Ihr fahrt dann Richtung Windhoek. Wenn ihr einen Abendflug habt, dann würde ich ganz normal nach Windhoek fahren, den Mietwagen zurückgeben und abends dann halt mit der Lufthansa oder Eurowings abends nach Hause. Dann seid ihr am anderen Morgen wieder in Deutschland. Diese Tour ist so circa, ich sag mal, die kann man fahren von 13 bis 16 Tagen. Je nachdem, wie viele Stops ihr machen wollt. 13 Tage ist ein bisschen kurz. Ich würde aber im Minimum 14 Tage, wäre schon okay. Aber wenn ihr wenig Zeit habt, kann man das auch in 13 Tagen machen. Gut, das war der erste Tourenvorschlag von uns. Nächste Woche habt ihr den zweiten Tourenvorschlag. Da geht es dann halt um die Erweiterung dieser Tour Richtung Süden, also Richtung Fischrebercanyon, Aus und so weiter und Lüderitz und, 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 aber dazu im nächsten Video. Eins möchte ich noch sagen. Wenn ihr also regelmäßig über unsere Videos informiert sein wollt, dann abonniert diesen Kanal. Den Button habt ihr in diesem Video ab und zu mal gesehen, oben rechts. Abonniert das Video. Vielleicht liked ihr das Video. Vielleicht schreibt ihr einen Kommentar drunter. Würde uns echt freuen, damit wir sehen, dass unsere, dass unsere Sache, die wir hier machen, auch Anklang findet. Dass ihr es gut findet. Und wenn ihr es gut findet, dann machen wir es halt immer weiter, immer weiter. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und sag mal bis nächste Woche. Bye, bye.